Guten Morgen, ihr YouTube-Kumpels und YouTube-Freunde. Ihr müsst jetzt ganz tapfer sein, ja. Es ist 5.57 Uhr. Es ist eine gute Zeit. Es ist die Zeit der blauen Stunde. Die blaue Stunde ist schon erledigt, schon seit einer Stunde. Aber egal. Was ist die Info? Ihr müsst tapfer sein jetzt. Ihr seid jung, dynamisch und macht schon so Internet-Sachen? Alles klar. Dieser YouTube-Kanal geht in den Dornröschenschlaf. Er wird erst mal in den Urlaub geschickt. Okay? Also von jetzt an werde ich meine Botschaften nur noch bei TikTok verbreiten. Und ihr könnt mich bei TikTok finden als Onkel aus West-Berlin. Und der Name, der angezeigt wird, ist Onkel Bademjan. Bademjan ist persisch und heißt Aubergine. Und da mein Körper die Form einer Aubergine hat, dachte ich, dieser Name wäre passend. Okay? Und danach fühle ich mich genauso frei. So, jetzt muss ich aber erstmal eine große Tasse Kaffee trinken und ordentlich Milch reinmachen. Onkel Bademjan, Onkel aus West-Berlin, freut sich euch und meine Sponsoren bei TikTok zu sehen. Also, kommt rüber!